Hallo und willkommen bei viel blau um nichts, dem Video, nicht Audio, irgendwas quasi Podcast von mir, wo ich viel rede und nichts sage, wie ich immer sage, aber ich rede viel und sage auch viel, aber ob es viel sinnvoller Inhalt ist, das ist die andere Sache, aber egal. Vorab schnell das Übliche, das berühmte Housekeeping, wer möchte, dass es weitergeht, der gibt mir Futter zum bla, zum drüber bla machen und zwar, also Fragen, Themen, irgendwas, irgendwas. Entweder per E-Mail an bla mit h at kernspieler.de oder halt bei YouTube unter das Video. So, gut, sind wir soweit, können wir weitermachen, schauen wir mal, wie lange die Folge wieder wird, ein paar Sachen sind da, also ich glaube, der Temperatur angemessen eher nicht Rekordlänge, Rekordkürze werden wir sehen. Ich glaube, die kürzeste Folge war irgendwas um die 33 Minuten oder so, da waren wir letztes Mal ja doch deutlich drüber noch. Ein paar Leute glänzen gerade durch Abwesenheit, das kann sein durch Hitzeschock oder Urlaub oder irgendwas, aber dürft ihr euch gerne wieder einbringen, wie immer. Dafür haben wir diesmal jemanden, den ich auch vorher noch nicht hatte, auch gut. Gut, also wollen wir mal, gehen wir es an, erstmal die ganzen YouTube-Geschichten. Der Doktor WWE ist da, hallo Dok. Soll ich, dass nichts da kam, meinte er das letzte Mal, er war auf Sylt. Aha, gut, Stichwort eben, Sylt, war ich da schon mal? Nein, war ich nicht, kurz und knapp so. Wenn ja, wie gefällt es dir da? Das scheitert natürlich an dem, ich war noch nicht dort. Und wenn nein, will ich da mal hin? Nicht wirklich. Ich sage noch hier schnell, er sagt, es ist zwar das andere Ende von Deutschland, aber man weiß ja nie, also von meinem schönen Meering aus, das ist richtig, aber das wäre jetzt auch nicht so wild. Man kommt da schon hin, wenn man will. Und ich reise ja sehr gerne, hust, hust, da hat er wohl recht, aber wer findet es super da? Sagen wir es mal so, eigentlich also mit Sylt assoziiere ich Sachen, die mit Sylt nichts zu tun haben, sondern mit den Personen, die auf Sylt sind, was nicht unbedingt positiv ist. Oder Sylt mögen, also die nicht unbedingt dadurch mich mehr motivieren, nach Sylt zu fahren, aber das nur so am Rande, aber also es geht nicht um dich übrigens, bevor das jemand denken sollte. Nein, also Sylt, ich habe den, in meinem Kopf, ohne es jetzt wirklich zu wissen, ist Sylt ja tendenziell eher kühler, weil ja im hohen Norden, was ja eigentlich mir entgegen käme, weil ich ja doch die hohen Temperaturen nicht so sehr mag. Aber Sylt ist für mich, klingt auch für mich eine Insel, auf der nichts passiert, außer man hat Strand und man kann rumlaufen oder vielleicht am Strand liegen, aber außer es ist kalt dann nur wieder eher nicht. Also das sind jetzt alles nur meine imaginären Bilder von Sylt, vielleicht stimmt das auch alles nicht, also zumindest einiges, aber dass da viel los ist, ich glaube, das kann man ausschließen. Und ich bin ja jemand, der Halligalli braucht im Urlaub und sagt, oh, ich brauche jeden Tag eine Tour irgendwo hin, irgendwas. Nein, aber was ich auch gar nicht brauche, ist nichts tun können. Also Strandspaziergänge sind jetzt nicht mein spannendes Ding. Am Strand liegen ist ungefähr das Langweichste, was ich mir vorstellen kann. Das habe ich in meiner Kindheit schon immer nicht so spannend gefunden. Meine Eltern sind immer gern einfach nur in der Sonne oder im Schatten, eher in der Sonne gelegen und ich war immer sowas, bin halt rumgeküpft. Also ich wäre lieber vor der Glotze gesessen, wahrscheinlich, so wie ich es heute halt auch mache. Nee, also demnach, ja, ist so, aber man weiß nie und mal, also ich könnte mir schlimmere Leute zum Besuchen vorstellen, zum Beispiel überall, wo es richtig heiß ist, wo es auch nichts zu tun gibt. Also mal gucken, bin ich ja echt der einzige Wrestling-Fan, meint der Doktor, kommt ja nur was zu Games. Nein, na gut, Michael hat ja auch Wrestling-Fragen ab und zu, der ist nur momentan irgendwie abkömmlich, fällt mir so auf. Keine Ahnung, Urlaub, Wetter, wer weiß schon. Aber ja, natürlich von den Ursprüngen meiner Podcast-Karriere her ist ja logisch, dass da mehr aus der Spiele-Ecke kommt, zugegeben. Aber ja, ich habe aber was Wrestling-Affines in Arbeit, sage ich jetzt mal, jenseits von Headlock, wo das, das könnte dich vielleicht interessieren, fällt auch wirklich nur dich, aber werden wir sehen. Sag es mir, beim Aufnehmen Spaß macht, ist der Rest nur nicht ganz so wichtig, wobei ich auch Videoklicks schon auch cool finde. Aber so Headlock, also wenn alles so klappt, wie es vorgesehen ist, könnte es, ich weiß nicht, ob du ein Patron bist, wahrscheinlich, könnte es theoretisch was sehr Cooles geben in absehbarer Zeit. Wenn es sich realisieren lässt und es spricht momentan nichts dagegen, aber wir werden sehen, da wäre ich dann dabei. Aber sollte nicht allzu viel sprechen. Ach, übrigens hier eingestreut noch, falls irgendjemand von euch 12 bis 15 Leuten, die meinen Quatsch hier anhören, Insert Moin-Kunde ist und nicht aufgepasst hat. Am Dienstag, glaube ich, gab es eine Insert Moin-Folge mit mir und Manu und zwar über Fox & Forests, wo wir eine gute halbe Stunde über dieses hübsche Retro-Spiel mit all seinen Höhen und Tiefen gesprochen haben. Und mag sein, dass ich in Zukunft wieder ab und zu mal öfters auftauche. Ich habe nichts dagegen, muss er nichts dagegen haben, hat er, glaube ich, auch nicht, aber es müssen sich halt die passenden Themen finden. Aber könnte passieren, ne? Egal. Also, der Dogmeiner, habe ich Olaf und Co. eigentlich schon mal persönlich getroffen? Teilweise, also eigentlich begrenzt. Den Chris Dörre könnte sein, dass wir uns mal über den Weg gelaufen sind bei irgendeinem Event. Dann haben wir uns aber, unterhalten haben wir uns, glaube ich, im Echtleben noch nicht. Also, mag schon sein, dass er in der Gamescom mal an mir vorbeigehuscht ist und ich an ihm. Mit Olaf natürlich schon. Ich weiß jetzt auch nicht, ob mir mal Olaf trifft, ist ja ewig schon dabei, ich auch. Dann trifft man sich quasi zwangsläufig ab und zu mal auf Events, sei es eben Gamescom oder zu irgendwelchen Spielen. Auch wenn ich inzwischen nicht mehr allzu oft wohin komme, wenn man sieht, sich schon ab und zu plaudert ein bisschen. Wobei, ich glaube, wir waren nie in einem größeren Event länger mal gemeinsam. Und wir haben auch, ich weiß auch gar nicht so ganz genau, wie wir zu der Wrestling-Geschichte gekommen sind. Er hat ja mit mir zur Gaudi ein paar Folgen mit Reviews separat von Headlock damals aufgenommen für meinen anderen Podcast, der auf der Arbeitgeber-Webseite entstanden ist mal. Bis er dann gesagt hat, das reicht zeitlich, hat er zu viel zu tun, nachvollziehbar. Und seitdem bin ich ja auch bei Headlock dann dabei. Also da, man kennt sich. Also wir kennen uns ja und die anderen, die sonst noch rumrennen, kenne ich nicht. Nicht in echt. Und auch gepodcastet haben wir ja teilweise nur noch nicht mit allen. Aber egal. So, dann meinen wir noch. Gibt es Visual Novels nur für die Vita oder hat er da was verpasst? Er hört bei den Gamescoms nur semi-aufmerksam zu, versteht eh nur Hälfte. Naja, gut. Aber immerhin, die Hälfte ist ja auch schon mal etwas besser als nichts. Nämlich die Hälfte. Nein, Visual Novels gibt es nicht nur für die Vita. Es gibt schon sehr wohl ein paar, also nicht alle, aber mehrheitlich sind sie auf der Vita. Was eigentlich auch einen relativ einfachen Grund hat, meiner Meinung nach, weil einfach vom Format her. Denk dir einfach ein Buch oder auch ein E-Buch von mir aus. Wo würdest du ein Buch lieber lesen? Gemütlich auf der Couch oder im Bett so vor dir oder auf der großen Glotze? Also, da kann man schon Texte in Spielen natürlich lesen, finde ich. Oder Untertitel bei Filmen vielleicht, wo sich viel bewegt. Aber will ich ernsthaft Standbild, Text oder nur Text auf dem großen Bildschirm die ganze Zeit lesen, das ist anstrengend. Das macht keinen Spaß. Also, man kann das schon. Es gibt die Spiele. Ich würde es aber nicht machen, wenn ich es vermeiden könnte. Ich habe jetzt letztens eines aus Hongkong importiert. Das gibt es auf Englisch halt nur auf der PS4. Ja, was soll man machen? Aber es ist nicht ideal. Ich weiß wahrscheinlich über Remote Play spielen. Aber ist egal. Es gibt schon für die PlayStation 3 eine Handvoll. Für die PS4 gibt es eine Handvoll. Teilweise gibt es es für beides. Also, das immer wieder mal gerne erwähnte Steins Gate gibt es zum Beispiel für PS3 und Vita gleichzeitig. Die Utaware-Rumono-Spiele, die jetzt ein paar Mal vorkamen, gibt es für Vita und PS4. Jetzt natürlich auf Switch ist ja die nächste konsequente Logik. Da gibt es auch so richtige Hochprofil-Visual-Novels noch nicht, obwohl es ja quasi auch als Handheld funktioniert. Also, die Bedingungen auf der Couch, im Bett erfüllt. Aber Download-technisch gibt es schon ganz schön viele, die ich aber alle bisher ignoriert habe, weil die irgendwie sehr schuflig aussehen. Aber in Zukunft werden da einige kommen. Steins Gate Elite zum Beispiel. Oder ich kann immer nur sagen, Steins Gate gibt es ja auch als Anime-Serie. Wenn man es nicht spielen will, anschauen. Es ist super. Es ist wirklich ganz toll. Und ich finde die Serie auch sehr gut. Und die gibt es auch mit englischem Ton. Oder die gibt es auch auf Deutsch. Richtig. Aber in Deutschland kostet es ein Heidengeld und hat dafür keinen englischen Ton. Und wenn man natürlich nur Untertitel will, dann ist es egal. Aber ich würde die englische Variante empfehlen. Die kostet wahrscheinlich immer noch so maximal 40 Euro, wie sie damals, wie ich sie gekauft habe. Das ist für so eine sehr, sehr großartige Serie absolut kein Geld. Wo war ich? Richtig. Also auf Switch kommen welche und da bietet es sich an. Aber noch sind sie halt nicht da. Gut. Dann hat er festgestellt, der gute Doc, dass die erste Folge schon fast, schon vier Monate alt ist. Klar, wenn es ein wöchentliches Format ist nach 22 Ausgaben, dann sind wir halt so weit. Hält jetzt immerhin schon länger an, wie die letzte Variante, die ich mit Ken geleistet habe. Wobei die ja gut nicht nur wegen des Interesse der Leute, sondern auch wegen seinem Zeitmanagement sich eingestellt war. Es kam beides in der Hinsicht günstig zusammen und ich kann es mir ja noch nicht übel nehmen. Wenn man einen Vollzeitjob hat, dann kann es auch mal vorkommen, dass andere Sachen wichtiger sind. Es ist nur gut, dass man es eben auch miteinander klärt und nicht vor endete Tatsachen stellt, wie es ja auch schon passiert ist. Naja, ich soll über die Vor- oder Nachteile von Vanillepulver in der Milch sprechen, meint der Doc. Also ich trinke ja nicht nur Vanillepulver in der Milch, ich trinke ja auch Erdbeerpulver in der Milch, Bananenpulver in der Milch, Himbeerpulver gibt es auch noch. Das finde ich aber von den Varianten die unattraktivste. Die Vorteile sind einfach, es schmeckt nicht mehr wie normale Milch. Normale Milch kann man natürlich trinken, aber Milch mit Frucht- oder Vanillegeschmack schmeckt einfach noch besser. Ich meine, man kann ja auch dosieren, natürlich sollte man nicht überdosieren, dann schmeckt es zu intensiv nach Nicht-Milch. Aber ich finde es einfach gut und besser so und Nachteile gibt es aus meiner Sicht keine. Ich meine, natürlich der Nachteil wäre, es schmeckt nicht mehr wie Milch, aber das ist ja irgendwie logisch, wenn man einen Zusatz irgendwo reintun. Also, ja. Gut, der Aldi sagt hier, streut kurz am Rande ein, dass er bei Playstation Sales sie nicht mehr auf die offizielle Seite verlässt, sondern PSPrices.com benutzt. Die ist mir ein Begriff, die Seite, aber da bin ich, warum benutze ich die nicht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, weil es so intensiv wichtig für mich auch nicht ist und weil ich ja als Vita-Suchende nicht mehr so der Vita-Suchende bin. Das war ja der Aufhänger, dass sie das einfach beim Summer Sale nicht untergebracht haben. Und die normalen Sachen, die findet man ja schon. Also, ich schaue auch normalerweise auf der Konsole direkt, weil es einfacher ist, finde ich. Aber, ja. Aber ich finde, ich kenne die Seite, also so eine Preis-Info-Seite, da kann man auch, hä? Also, ich kenne sie, aber ich habe es nicht intensiv besucht, aber da kann man, glaube ich, mutmaßlich auch eine Wischlist aufsetzen. Hat schon was, da brauchen wir nicht drüber reden. Das stimmt schon. So, hier streut ein der Suzuki-Liana Didis oder wer auch immer, hat, ich nehme an, der hört das hier wahrscheinlich nicht, aber egal, falls doch, danke dir für die Kommentare. Hat meine wunderhübschen Sid-Night-Discos ein paar kommentiert und findet die Musiken überwiegend sehr gut. Grand Monster Slam, sie fühlen sich richtig besser wie die Amiga-Version. Der Sound, ich kann es ehrlich gesagt gerade nicht einschätzen. Dann müsst ihr die Amiga-Version erst hören. Der hat natürlich das Problem mit dem harten Stereo, wenn man es über Kopfhörer hört. Das ist natürlich nicht gut. Tetris ist ein Meisterwerk, das ist richtig. Er findet das Format prima. Und, ja, kommt ja noch mehr. Und auch Cyberneud ist natürlich ein Klassiker und Zweier ist auch gut, da hat er recht. Dann haben wir hier den, zu meinem schönen Social Drinking. Wer es verpasst hat, ich hatte letzte Woche ein Social Drinking Nummer 31 mit Extase Energy Tropical Taste. Uh, lecker, lecker. Naja, nicht so wirklich. Da meint der Doc weniger Bart, weil, ja, in diesem Video habe ich weniger Bart. Ich habe es aber auch, wie er nachher feststellt, er hätte fest das Video anschauen sollen. Na gut, ich habe es wohl auch erklärt. Ich rassiere mich, ich bin ja nicht fundamental gegen Rasieren. Ich rassiere mich nur ungern öfters, aber manchmal schon. Und dann halt meistens so auf dieses Format, also diesem Video mit so quasi ein paar Tage Bart. Ich sage mal Wochenbart so ungefähr. Weil ganz ab, finde ich, lästig zugeben. Weil zum ganz sauberen Abrasieren müsste man nass rasieren. Das Video mag ich wirklich nicht. Das ist lästig. Und vor allem, wenn man es nicht macht, wenn man es ganz kurz schneidet, dann juckt es immer gerne mal einen Tag. Und danach sieht es eh nicht mal frisch aus. Also lieber gleich den ersten Jucktag überspringen und nicht ganz zu kurz machen. Dann haben wir hier der Aldi auch zum Thema Molkenerzeugnis. Hat er mir hier einen Link geschickt, den ich jetzt zugegeben noch nicht gelesen habe. Aber wir hatten das Thema ja schon mal irgendwann mal, wo du mir schon mal erklärt hast, woran das und weshalb das so liegt. Ich werde es aber noch lesen mal. Ich verspreche es dir. Und war auf der Dose Pfand. Ich habe es nicht erwähnt, mutmaßlich. Nein, er war kein Pfand. Und ich glaube, das ist ja genau der Zusammenhang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass es ein Molkenerzeugnis sein soll. Und deswegen kein Pfand kostet. Ich finde es trotzdem bescheuert, warum dann eine Dose, die genauso ausschaut, wie jede andere Dose, wegen dem Inhalt nicht Pfandpflichtig ist. Ich meine, das ist ja schließlich wegen Umwelt und Gedönsens. Dann soll es auch auf alle Dosen gelten. Und dann muss halt der Teddy das Ding zurücknehmen. Basta. Ja, ist aber tatsächlich so. Naja, oder auch immer. So, und hier habe ich einen Neuzugang, glaube ich, den ich noch nie vorher gelesen habe. Den Gemrein Nacht. Hallo. Der hat mir hier ein paar Fragen, die ein bisschen, wie soll ich sagen, teilweise schwierig, teilweise komplex sind. Aber ich gebe jetzt mal mein Bestes soweit. Er würde gerne wissen, welche Koalition mir nach der Bayerischen Landtagswahl am liebsten ist. Das ist jetzt eine Frage, die fällt fast unter meinen, möchte ich nicht ganz drüber reden, Dings. Weil da kann man eigentlich nichts richtig machen. Aber ich tue es jetzt mal einfach trotzdem. Also wir gehen ja aus, was mir am liebsten wäre, ist irre. Utopische Sachen helfen uns ja nichts. Ich meine, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Fakt wird sein, natürlich ist klar, wer die stimmstärkste, anteilsstärkste Partei sein wird. Ich meine, genauso scheint klar zu sein, dass die nicht alleine regieren können wird. Das ist auch gut so. Und an Koalitionspartnern, da gibt es die Bandbreite von, ist unmöglich. Jeder einigermaßen intelligente Mensch, der kein Arschloch ist, darf das sowieso nicht wählen. Logisch, brauchen wir nicht drüber reden, wer das ist. Bis zu, naja, wenn es nichts Besseres gibt, dann nehmen wir halt die. Also in dem Fall würde ich mich entscheiden müssen, also ich weiß auch gar nicht, wen ich, also in Bayern lässt sich eh niemand mit gutem Gewissen wählen momentan, ist meine Meinung. Also es gibt eine Variante, aber der stehe ich halt selber inhaltlich gar nicht nahe. Und Bäume gibt es auch so genug. Nein, also ich glaube, wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste und könnte, fände ich wahrscheinlich die Große Koalition auch am besten, weil ich eben die einzige andere Alternative ist die mit den Kuschlern, mit den Baumkuschlern. Die sind mir aber halt inhaltlich nicht nahe. Und liegt auch an Leuten, die wählen, die mich nicht unbedingt dieser Partei mehr, wie soll ich sagen, näher bringen, sagen wir es so. Also die Große, wahrscheinlich, weil ich halt davon ausgehe, die SPD ist zwar Lalliladen auch vorm Herrn heutzutage, aber die würden sich von den anderen hoffentlich doch nicht alles so sagen lassen. Die wären dann nicht einfach eine Mehrheitsbeschaffung, hoffe ich, und würden, dann gäbe es hier natürlich dauernd Zoff, aber ich meine, den Zoff haben wir eh schon, einen selbstverschuldeten Idioten-Zoff quasi. Und dann wäre das wahrscheinlich die Variante, die man am wenigsten kopfbereitend hätte, was nicht heißt, dass ich sie gut finde. Aber, wie gesagt, gut ist ja in der heutigen Zeit in der Politik eh schon ein Glücksfall oder das berühmte Einhorn. Welche drei deutschen Moderatoren sind meiner Meinung nach die schönsten? Da muss ich tatsächlich passen, weil, äh, und zwar klingt jetzt wahrscheinlich wie eine Ausrede, aber ich habe einfach gar nicht den Überblick, um mir jetzt dann sinnvoll ins Fettnäpfchen trafen zu können, sagen, die finde ich super sexy und die nicht. Das, ähm, das sind Sachen, wie soll ich sagen, über die man denken kann, was man möchte, finde ich. Man muss es nicht unbedingt ausformulieren. Das, ähm, das fällt unter die Sachen, macht das, äh, ich, 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 ich sage oft genug Sachen, die vielleicht nicht unbedingt, äh, im, im, wie soll ich sagen, nicht annecken besonders gut sind. Aber da, da, uff, nee, schwierig. Ähm, unter Autoträglich, ich habe, ich schaue relativ wenig normales Fernsehen noch so richtig. Bei mir läuft meistens im Hintergrund Skysport News. Da sitzen natürlich Laufen-Moderatorinnen, äh, dran, die auch sicher alle nicht, äh, zum Wegrennen furchtbar sind. Aber, ähm, ich wüsste auch die Namen nicht mal so. Die sind halt Nachrichtensprecher, sag ich jetzt mal. Ähm, nee, also da muss ich, da wäre ich jetzt mich einfach rausreden. Das ist jetzt die Rausrede und weiter, ähm, weiter kommen wir nicht. Äh, wenn ich nicht zu faul wäre, welche drei Ziele würde ich gerne mal bereisen? Da haben wir ja auch das, was wir am Anfang schon mal ein bisschen hatten. Ähm, da habe ich tatsächlich kurz ein bisschen drüber nachgedacht. Also, äh, am, am ersten noch und am realistischen, dass es mal auch passiert, auch beruflich wäre es früher ein paar Mal vielleicht passiert, aber heutzutage kommen ja solche Reisen, kamen noch mal vor. Ähm, New York. Würde ich schon mal gerne mir irgendwann mal anschauen. Das ist jetzt ja auch, weil nicht, die Ostküste ist ja nicht so weit weg, die Flügel sind nicht so lang. Und da, Englisch kann ich ja auch, äh, einigermaßen vernünftig. Also, das ist wohl am ersten Mal umsetzbar vernünftig. Aber ob ich es mache, ist, dann wird ja eine andere Baustelle sehr faul halt. Und, äh, sonst auch nicht sonderlich originell, ähm, Japan an sich. Dann wohl Tokio oder halt eine andere Großstadt. Also, mehr so das Großstädtische. Großstädtische, weil das mich mehr so fasziniert, auch als Yakuza-Spieler, kennt man ja so, sieht so aus, sieht interessant aus. Und, äh, dann nehme ich noch zwei weitere. Schatz, drei haben wir halt vier. Hongkong als der chinesische Gegenpart. Ähm, natürlich wäre auch interessant irgendwo. Und, ähm, Korea irgendwie, weil halt K-Pop und Gedöns ist. Wobei ich nicht weiß, ob Korea an sich so super spannend ist. Aber ich mochte ja mal, das heißt, ich mag es eigentlich auch immer noch. Ich bin bloß irgendwie ein bisschen, äh, aus dem, wie soll ich sagen, aus dem Tritt gekommen, ist der falsche Ausdruck, äh, aus der Übung gekommen, sag ich mal, K-Pop mir anzuhören. Aber das, das wird schon interessant machen, ein bisschen. Ähm, ja. Ob das mal passiert, da haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen hin und her. Ja, also einen potenziellen Guide hätte ich ja. Aber dann muss ich immer noch mal wollen und alles andere. Aber, ähm, mal schauen. Hm, und noch eine. Nenne drei Fußballer, die dir unsympathisch sind. Ui. Ähm, mutmaßlich könnte ich sehr viel mehr nennen, wenn ich länger drüber nachdenke, weil ja der Fußballer an sich nicht unbedingt der Sympathieträger sein muss. Ich greife mal drei aus, die mir so eher schnell in den Kopf kommen. Also, ähm, geht noch. Schatzen unsympathisch Sandro Wagner, der einfach ein bisschen zu größenwahnsinnig aufgetreten ist und dann das ziemlich ungeschickt angestellt hat mit seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Ich meine, äh, hätte es nicht gebraucht. Du spielst bei Bayern jetzt auch nicht, weil du der größte Held bist, sondern weil du halt eine gute Nummer zwei bist und so weiter und so fort. Aber, also, eigentlich finde ich okay, dass er sich für toll hält, aber die Art und Weise, wie er es transportiert hat, war jetzt im Zuge vor der WM denkbar unsympathisch. Können wir, glaube ich, schon so stehen lassen. Ähm, bei einem anderen Ex-Nationalspieler, den spare ich mal. Den fand ich vorher schon unsympathisch. Da mischen wir jetzt besser nicht mit. Da gibt es genug Stress die ganze Zeit. Ähm, unsympathisch ist natürlich Neymar. Neymar ist ein arroganter, äh, also, ich meine, Ronaldo ist auch arrogant, aber Ronaldo ist halt einfach der Beste. Ähm, und Neymar ist ein, ein weinerlicher Umfaller, der sich gerne am Boden wälzt bei jedem Scheiß und, äh, offensichtlich, ähm, viel zu verwöhnt ist und in seinem eigenen Ruhm ersoffen, erabseuft, so ungefähr. Also, den finde ich schlimm. Ich, äh, ich meine, er macht ja auch alles, damit man wirklich nicht mag, ist meine Meinung. Also, den, äh, nee. Ich meine, Ronaldo, der hier geht mal kurz nach Turin, da kann er was beweisen. Neymar geht für viel Geld nach Paris, damit er gar nichts beweisen muss, außer, dass er gut umfallen kann. Und das, naja, also, mag ich gar nicht. Und, äh, auch, weil ich jetzt hier gerade eben, äh, nebenbei den Zweitliga-Auftrag gelaufen habe, äh, der Pierre-Michel Dasogger vom HSV, das ist ein unsympathischer Ekelpaket, finde ich, ein Stinkstiefel. Den habe ich, den, also, was der jetzt in England angestellt hat, ist mir wurscht. Der hält sich auch für den Größten, ist aber irgend so ein grobschlechtiger Nasenbär. Und ich finde, äh, bei den Relegationsspielen, wo der ganze HSV sich als möglichst unsympathisch hat inszenieren können immer, war er schon der mit, noch unsympathischer, der mit seinem, seinem, seinem Arsch-unsympathischen Jubel, äh, und dann so gegen, das war gegen Fürth doch damals, glaube ich, und wie er sich aufführte, also ganz so ein Großkotz, der nichts geleistet hat, außer, äh, doch, äh, im Fall, im richtigen Moment mal irgendwo zu stehen, so quasi. Also, nein, also den finde ich ganz schlimm, der ganze, ja, ist mir unsympathisch. Gut, also, haben wir ein paar, könnt anderer Meinung sein, ich habe trotzdem recht, aber egal. Gut, damit haben wir die YouTube-Geschichten durch, und dann kommen wir zu den zwei E-Mails, die noch da sind. Gut, äh, angefangen mit, äh, der gute Tokio hat mir geschrieben, wie jede Woche fast, das ist immer schön, zuverlässig, man dankt. Wer meint, Grüß Gott, Ulrich, noch genug Körperflüssigkeit fahren, nur läufig schon auf Schriftstuhl-Reserve, pardon, Pepsi Max. Ja, Pepsi Max war letzte Woche die, die, äh, Notfalllösung, weil Pepsi Max ist okay-isch, äh, wie gesagt, früher oft, heute sage ich nicht mehr so, und ich wollte halt nicht noch in den Supermarkt fahren, dann nimmt man es halt mal mit. Ähm, nein, äh, ja, nee, also ich trinke eh wohl zu viel eigentlich, aber momentan ist wieder Schwippschwapp angesagt, klar. Das Wetter wird nicht besser, das ist korrekt, also, es wird ja nicht schlechter, das wäre, dann wäre es ja besser, aber man hoffen, dass am Wochenende wenigstens die zwei Tage, die angeblich ein bisschen kühler sind, auch wirklich passieren, noch sieht es hier nicht so aus. Mittlerweile betet er schon für Regen, damit es zumindest ein wenig runterkühlt. Ja, er glaubt noch einen Sommer und da schafft sich irgendwas Klimatisiertes an. Ja, wenn es dauerhaft jetzt so bleiben sollte, dann, ja, dann liegt es auf der Hand. Irgendwann muss man halt mal drüber nachdenken, wobei, ähm, es war auch früher, ich meine, es gab schon Sommer, die waren auch über Wochen so, bilde ich mir so ein, aber irgendwie vielleicht dann doch nicht. Und bis jetzt, bis vor ein paar Wochen, war es zwar überdurchschnittlich warm, aber nicht so heiß, dass es mich wirklich tangiert hätte. Da hat es nur die Bauern alle tangiert, offensichtlich, liest man jetzt ja die ganze Zeit und hört es dauernd. und, äh, und im Winter, war jetzt nicht dieser Winter mal richtig kalt oder was der vor, vor allem, ja, das geht bei mir immer so, ich vergesse es immer sehr schnell. Aber egal, ja, ich kann es nachvollziehen. Fragen, was sich bei dem Wetter anbietet, ist ja eigentlich Eistee, Fragezeichen. Wie stehe ich dazu? Lieber Pfirsich oder Zitrone? Ähm, ich muss sagen, Eistee trinke ich so gut wie nie. Einfach, ähm, warum ist eine gute Frage, weil es mir, in meiner Familie hat es halt nie jemand getrunken und ich habe es schon mal hier und da probiert, aber es hat mich jetzt nicht so fasziniert, dass ich sage, das ist mein neues Lieblingsgetränk. Ähm, wenn ich halt auch einen Schwibschwab haben kann, zum Beispiel. Äh, demnach bin ich da sehr, sehr unbedürftig, direkt in den verschiedenen Geschmackssorten, aber, äh, lieber Pfirsich oder Zitrone? Ich würde wahrscheinlich spontan, ohne es jetzt wirklich geschmackstechnisch im Kopf zu haben, wie es schmeckt, äh, denken, dass würde ich wahrscheinlich Pfirsich mehr, ähm, interessieren dürfte, weil Zitrone neigt ja dazu, eher mal scharf zu sein oder halt kräftig und Pfirsich ist ein bisschen milder, denke ich wohl. Demnach wäre das vielleicht die interessante Sache. Ja, Bier ist ja nicht so meins, das ist korrekt. Wie sieht es aus mit einem kühlen Radler, Spezi oder Krefelder? Spezi ist für mich, äh, steht mit Äh, das nehme ich mal an, dass das aber auch eine Mischform ist, sowas wie ein Radler oder Krefelder. Also Bier und Cola, ach so, da steht es ja, ich weiß ja, das ist in eurem komischen Bayern anders. Das, ich glaube, bei uns heißt das doch Radler, oder? Keine Ahnung. Ähm, ne, das, auch das ist tatsächlich, das hilft mich gar nicht. Warum soll ich mein gutes Cola oder Spezi mit einem dreckigen Bier versauen? Ganz einfach, Bier ist einfach Kacke. Ich mag's überhaupt gar nicht. Es schmeckt nach, schmeckt einfach überhaupt nicht. Null, null mein Ding. Und da hilft auch nichts, wenn ich dann ein gutes Cola mit nehmisch, weil dann trinke ich lieber das Cola. Das ist die Kurzfassung. Ein eisgekühltes Malzbier, trifft das meinen Geschmack? Ähm, ich weiß, dass Malzbier was anderes ist. Immerhin, gell? Ähm, ich könnte ja aber ehrlich nicht sagen, wie es jetzt schmeckt. Ich habe vor unendlichen Zeiten, glaube ich mal, was getrunken. Deswegen kann ich es nicht sagen. Vielleicht probiere ich es mal aus, die Tage. Dann wüsste ich es besser. Naja, die Gamescom rückt näher. Das ist richtig. Noch zwei Wochen und ein paar Tage. Irgendwelche Erwartungen meinerseits, außer chaotische Menschenmassen? Ähm, nein, keine Erwartung. Ich habe ja inzwischen, ich bin bei uns der Terminonkel, deswegen habe ich ja einen relativ guten Überblick, was da alles kommen wird. Ich glaube, äh, man kann guten Gewissens sagen, das könnte wohl so die ereignisärmste Gamescom sein, die mir jetzt so einfällt. Ähm, ich erwarte nicht, also ich habe meine Termine, die mich interessieren. Ich habe ein paar exotische Termine, die, ich sag mal, für die Arbeit eher irrelevant sind, weil halt eben doch keine Sau sich für irgendwelche japanischen Spiele von Kleinherstellern interessiert, aber außer mir. Ich habe einen sehr wichtigen Termin, da mal gucken, was der hergibt, da aber auch, aber nichts mit, nichts Neues, sondern quasi E3 nochmal in Klein, oder halt in Köln. Ähm, die Messe selber, nee, ich erwarte eigentlich wirklich nicht viel. Also ich kann ich ja auch sagen, ich glaube, ich habe es schon oft genug gesagt, als normaler Mensch, wenn ich nicht privilegierten Zugang zum Business Center als Presse hätte, ich würde da nicht hingehen. Ich sehe den Nutzen absolut nicht mehr. Es sind bockelvoll die Hallen, was, wobei das Durchkommen gar nicht mehr so wild ist, aber der Fakt ist, wenn man irgendwas anschauen will, geschuldet der, ähm, Jugendschutzregelung in Deutschland natürlich teilweise, mit Sichtschutz, bei allem ab 16, glaube ich, wenn ich es nicht im Kopf habe, aber das, und dann sonst anstellen, und dann halt, ich sehe mir immer die Leute, die hier stehen, dann ist das Schild ab hier acht Stunden, Wartezeit, ich denke mir, ihr seid alle wahnsinnig. Vor allem, ich sehe auch teilweise für Spiele, die vier Wochen später schon rauskommen, mein Gott, dann, was hast du jetzt davon, erst jetzt zehn Minuten zu spielen, in den zehn Minuten kannst du doch, also ich, ich kann es nicht nachvollziehen, da bin ich zu, zu, verwöhnt wahrscheinlich, durch meinen Job eben, aber, oder zu alt, oder zu, zu ab, äh, zu, zu, naja, zu durchgenudelt, weiß der Henker, aber das würde ich mir nicht geben, nein, also ich erwarte da nicht wirklich viel, außer, dass man Leute wieder sieht, die man sonst ein Jahr lang halt höchstens am Telefon hört, ein paar interessante Termine, wo man halt auch ein paar Artikel drüber schreibt, ähm, und viel mehr ist es für mich nicht mehr, die, also es, ich hoffe mal, dass sich es vielleicht irgendwann mal auch wieder ändert, aber bis dato, sehe ich es nicht kommen, ich glaube, ein, zwei Überraschungen waren ange, aber da wird nichts Spannendes sein, glaube ich, aber, naja, mal gucken. Ist mir mittlerweile eingefallen, was mein letztes Xbox-Spiel war? Ne, ist es nicht, ich wollte extra vorher nachschauen, jetzt schaue ich jetzt so nach, ob ich es in meiner Liste vermerkt habe. Ähm, mein letztes 360-Spiel wüsste ich, glaube ich, da bin ich mir relativ sicher, das war die Cubed Collection, wie sie heißt, das war eine nicht, bei uns hier nicht auf Disc erschienene, in Amerika ja, ich glaube, vielleicht in ein, zwei anderen europäischen Ländern schon eine Sammlung von Mitsuguchi-Spielen, also von Q-Games, Q-Games? Q-Design? Jetzt möchte ich es nicht durcheinander bringen, es gibt ja auch ein anderes Q-Irgendwas, die Pixel-Junkleute, ähm, da war drauf Res und Luminous, glaube ich, und Every Extent Extra, und ich habe es halt gekauft, weil ich ein Res auf Disc haben wollte, das habe ich bei Ebay ja steigert aus Amerika, weil es Code Free war, zum Glück, das war mein letztes 360-Spiel, glaube ich, entweder das, oder Assassin's Creed Rogue, das, hier, geht meine Liste gerade auf, dann gucken wir mal, ähm, sortieren, nach Datum, Moment, oh, was hat er sich gemerkt, gut, nach, Spalte D, das ist jetzt kurios, jetzt bin ich gerade verwirrt, warum steht da Spalte D, okay, okay, mhm, also, das sind die schon gekauften, ach, gelogen, also Cube war das zuletzt gekaufte Spiel, das ich auch auf der, auf der 360 selber gespielt habe, ich habe mir tatsächlich im Februar dieses Jahres Persona 4 Arena und Persona 4 Arena Ultimax gekauft, ha, weil ich Persona ja inzwischen cool finde, mir gedacht habe, die Kloppis schaue ich auch mal an, und Persona 4 Arena ist auf der Xbox One kompatibel, da kann man es spielen, äh, ich habe es dann doch nicht sehr lang gespielt, weil mich zwar der Story interessiert, aber es gekloppte ein bisschen weniger, Ultimax ist dummerweise bis heute nicht kompatibel, ob es das noch jemals wird, wer weiß das schon, aber die habe ich mir mal auf Ebay geschossen noch auch, das waren die neuesten 360 Spiele, wenn man so will, mein, vielleicht, wenn mal noch irgendwas super cooles kompatibel wird, kaufe ich das vielleicht auch nochmal, aber viele Matchspielen kann kein sein, gut, dann gucken wir mal, was mir die, meine 360, meine Xbox Liste sagt, Spalte Dora, so, hm, äh, okay, das kann aber auch nicht stimmen vom Datum, okay, also der Punkt ist, ich habe bei der Xbox nicht alle mit Datum vermerkt, weil ich das erst irgendwann mal angefangen habe, meine Liste zu führen, da habe ich kein Datum gehabt, und das ist erst später eingetragen, weil ich mir gedacht habe, das eigentlich ganz praktisch zu haben, also meine, meine Liste sagt, mein letztes Xbox 1 Spiel, das ich gekauft habe, ist die US-Fassung von Incredible Hulk Ultimate Destruction im Juni 2007, jetzt könnte ich mutmaßen, da war ich vielleicht in Amerika auf der E3, das könnte sein, das sind elf Jahre her, es könnte hinhauen, wo sollte ich es sonst her haben, normalerweise hat man, also entweder habe ich sie importieren lassen, aber wieso sollte ich ein Incredible Hulk importieren lassen, das gab es ja bei uns auch, da gibt es keinen Grund, also ich würde mutmaßen, dass, und davor war Pirates, das wundert mich jetzt ein bisschen, weil, ist das, also das Sid Meier Spiel in der Xbox-Fassung quasi, das könnte hinhauen, ja, also anzunehmenderweise ist es so, weil, da kamen irgendwie nur noch B-Spieler im Schluss, hm, ja, also, das war es dann wahrscheinlich, genau, so, ähm, und weil es so schön ist, welche Serie war die letzte, die ich Retail gekauft habe, äh, also wahrscheinlich Steins Gate und Danganronpa Season 1, das könnte tatsächlich stimmen, ähm, weil Serien kaufe ich jetzt schon länger nicht mehr, manchmal, ich habe, ich habe mit dem Gedanken gespielt, weil ich es so gut finde, Waterworld, äh, Waterworld, Westworld mal zu kaufen, habe ich aber, fuck, derzeit noch nicht, äh, und, ich habe überlegt Jessica Jones, das aber, das gab es dann noch nicht, und ich glaube, inzwischen gibt es ja tatsächlich, die Season 1 zumindest, Season 2 war ja auch zwar gut, aber nicht so gut, ähm, und Steins Gate wollte ich anschauen, nachdem ich das Spiel gelesen hatte, und Danganronpa, habe ich halt bestellt aus Neugier, ja, habe ich aber nach ein, zwei Folgen aufgegeben, weil es wirklich faktisch, wie das Spiel war, aber ein bisschen hektischer eher, ähm, also die zwei waren es wahrscheinlich, mir fiel jetzt nicht ein, welche andere Serie ich sonst seitdem gekauft habe, könnte, aber ich kann mal gucken, wenn es eine Blu-ray, also DVD wird es nicht gewesen sein, ich kaufe keine DVDs mehr seit ewigen Zeiten, mal gucken, ob ich spontan noch was anders finden könnte, wo es vielleicht, die müsste ich eigentlich in meiner Blu-ray-Liste auch, habe ich Serien auch aufgeschrieben, muss ich schnell schauen, dann, was ist das jetzt hier, Moment, Dangan, da habe ich aufgeschrieben, die Animation, Steins Gate, das war Ende 2015, das ist schon ganz schön lang her, ähm, äh, naja, okay, dann wahrscheinlich tatsächlich, stimmt, habe ich mich wahrscheinlich vertan, später dann noch Sherlock Season 4, oder Series 4, weil, äh, ich halt einfach aus Prinzip Sherlock im Regal stehen haben möchte, weil es so toll war, das war Anfang 2017 dann, alle, die englische Variante, weil ja in Deutschland kamen sie immer alle so viel später, weil ja die Glorache, die Sherlock immer erst so, so Ostern oder Pfingsten ausgestrahlt hat, äh, deswegen habe ich sie da gekauft, und auch sogar zum Neupreis, das, dann wird das die letzte gewesen sein, mal gucken, oder ist noch irgendwo ein Kuriositätenkauf, nee, das war's, das war die letzte Serie, ja, gut, dann haben wir diese Fragen, und dann kommen wir zur letzten E-Mail, die denn da ist, vom guten Max Snake, hallo Max, so, was ist denn Games as a Service, fragt er, ja, das ist ein guter Punkt, ähm, ich habe auch extra nachgeguckt, wie man es am sinnvollsten und schnellsten erklärt, weil das ja dieses etwas klobige Kunstwort ist schon so, da versteht sich halt einfach Spiele, die so drauf ausgelegt sind, dass man länger dabei, nicht einfach durchspielen und wegschmeißen, sondern länger dabei bleibt, am besten über Monate und Jahre hinweg, und das wird am besten gewährleistet, das ist der Plan, in dem man halt die Leute durch stetig immer wieder nachkommendes neue Inhalte eben, am, ja, bei, beibehält, quasi, ähm, schönes, aktuelles Beispiel wäre jetzt zum Beispiel The Crew 2, wo ja Ubisoft sagt, alle Vierteljahr gibt es eine neue Renndisziplin, neue Fahrzeuge und so weiter und so fort, das soll mich also motivieren, dass ich immer wieder mal wenigstens neinschaue, wenn ich es auch nicht dauerhaft spiele, äh, bestes aktuelles Beispiel von einem, äh, richtig großen Spiel dürfte wahrscheinlich auch GTA 5 einfach sein, also respektive GTA Online, wo ja auch nach fünf Jahren immer noch jeden Monat irgendwas Neues kommt, das haben sie ja gerade irgendwie in den Nachtclub eröffnet, das ist schon, funktioniert ja offensichtlich, Free-to-Play-Spiele fallen da wohl eigentlich auch drunter, ja, man könnte auch im echten Leben, könnte man auch sagen, wahrscheinlich ist es ein Magic the Gathering zum Beispiel, oder halt Sammelkartenspiele, könnt ihr euch ja auch so als, äh, Game as a Service, äh, verstehen, weil ja immer wieder neue, neue Sätze dazukommen, zum Aufputschen des, des, des Decks und so, also so kann man sich das vorstellen, so stelle ich mir das vor. Meine Erinnerung an Sportdisziplin in Videospielen, zum Beispiel International Track and Field, ja, das ist ein weitläufiges, weitläufiges Feld, ach, schwierig, ähm, mei, also Track and Field, ich damals am Anfang der Playstation-Zeit, habe ich viele gespielt, natürlich Decathlon auf dem alten, uralten Atari, äh, ein paar Knüppel wahrscheinlich ruiniert und blasen und die Finger gewackelt am Stick, ähm, so Geschichten, gibt es natürlich schon einiges, also, ich picke mal jetzt einfach raus, Sachen, die ich, wo ich dran denke, da hätte ich gerne mal eine coole Neuauflage, würde mich drüber freuen, bleib mal bei so Multidisziplin-Spielen, äh, die Sega-Spiele, äh, Athlete Kings und Winter Heat, Athlete Kings war eigentlich ein Zehnkampf, wie Decathlon, und Winter Heat waren halt zehn, elf, zwölf, äh, Winterdisziplin, Abfahrt, Schlittschuh, was soll ich sagen, Skispringen wahrscheinlich und noch ein paar, äh, die gab es auf dem Saturn damals, waren ursprünglich Spielautomaten, das coole waren halt, es die, es gab nicht einfach 0815-Sportler, sondern, jeder Sportler hat eine Nationalität gehabt, eine Art Karikatur, der deutsche Blonde hat halt irgendwie hochgestochen geredet und der Ami war halt ein All-American, äh, Star und die, der Schwede war halt irgendwie Smördebröd, wobei es ist dänisch, gell, also, so ein bisschen klischeehaft, aber sympathisch und die Grafik war hübsch bunt und die Charaktere für die Dame war jetzt halt wirklich gut modelliert und das war auch ein überwiegend auf Knöpfchen hämmern ausgelegte Sache, aber die Szene waren einfach cool in Szene, haben richtig Spaß gemacht. Das ist, das war echt toll. Ich glaube, von Athlete Kings gab es mal auf der PS2 eine Umsetzung, die es dann nicht in den Westen geschafft hat, die okay war. Also sowas, so ein Multidisziplin-Sportspiel hätte ich gern mal wieder. Ein paar von den Mario und Sonics in der Neuzeit waren ganz ordentlich, aber das letzte auf Wii U, das Winterding, das war nichts, das war kein großer Spaß und dieses Jahr haben sie es ja tatsächlich einfach gelassen. Ich überlege gerade, das letzte Sommer, Mario und Sonik, war okay, glaube ich, oder? Ja, lang ist her, Rio war okay, stimmt, Rio war es, war okay, aber nicht sensationell. Ja, gut, mehr fällt mir nicht ein, wenn du etwas spezifisches Wissen möchtest, bitte nur zufrag, aber dann, da brauche ich ein bisschen Eingrenzung, sonst tue ich mir ein bisschen schwer. Gut, Lieblings-Katzen-Video ist, also ich habe jetzt kein Katzen-Video per se, wo ich sage, das kann ich immer und immer wieder anschauen, weil es so cool ist, wie, aber es gab einige, also mir fallen schon welche ein, aber nicht so dieses eine, wobei es gibt so ein ganz 5, 10, 15 Sekündiges, wo so ein ganz kleines Kätzchen da liegt, auf dem Rücken, und die Mutter so gucci, 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 und dann wupp, und die Hände so aus, die Finger so auseinandersteckt, und die Katze tut dann auch ihre Pfoten in alle vier Hände auseinanderstecken, das ist ein ganz, hat zig Millionen Aufrufe auf YouTube, das finde ich super niedlich, das ist einfach nett, das finde ich, das mag ich. Ne, aber so Videos, Maru ist immer, Maru kann man immer gut anschauen, Hana, seine Ziehschwester, die finde ich nicht so cool, aber grundsätzlich sind die Maru-Videos sehr, sehr nett. Ten Cats habe ich noch so abonniert, aber schon lange nichts mehr so angeschaut, ein paar andere sind ganz sympathisch, äh, Prinz Michael von Aaron's Animals, der hat ein paar, also der Aaron hat ein paar sehr, sehr coole mit, wo seine Katze so mit Mimik ein bisschen animiert ist, da gibt es sehr coole, aber der macht nicht mehr allzu viel, und die neuen Sachen finde ich auch nicht so toll, da gibt es aber echt lustige, und, äh, Cat Catastrophes hießen die, glaube ich, das war so, äh, ein Typ, und ein junger Mann, junge Frau, nicht ta, also in dem echten Leben waren kein Paar, die haben ein paar sehr witzige Parodie-Videos und so gemacht, das erste, was ich von denen gesehen habe, war so, sie haben ein Möbel bestellt aus einem Ikea-artigen Katalog, und da ist eine Katze drauf gesessen, und dann ist die Katze mitgeliefert worden, und sie so, was machen wir jetzt mit der Katze, war sehr witzig, also ich glaube, der Kanal, die sind irgendwie mal, plötzlich war es vorbei, die haben nichts mehr gemacht, keine Ahnung, wieso, bei Twitter und so, finden sich auch keine Spuren, wer weiß, hat es nicht gelohnt, müssen was anderes tun, Cat Catastrophes, glaube ich, schreibt mal auseinander, den findet man schon, die sind so Sachen, also da kann man, Katzen-Videos gehen ja eigentlich fast alle und viele, aber die sind mir so spontan eingefallen. Esse ich gerne asiatisches Essen? Ja, also nicht so richtig, wie soll ich sagen, nicht so ernsthaft, ich, ich finde die asiatische Küche, um es zu sagen, ich kenne mich aus null, ich esse mehr so diese Fastfood, All-You-Can-Eat-Varianten, da halt bin ich, da bin ich mal ganz gerne dabei, hier in Mering haben wir so einen All-You-Can-Eat-Mongolen, wo ich gerne mal ein bisschen esse, Sushi ist nicht so sehr mein Ding, nur manchmal ein bisschen, aber so Bami-Göräng, Nasigöräng, Ente Süß-Sauern und so Zeug, was es halt als Fertigessen gibt, habe ich alles mögliche probiert und finde ich ganz nett, es gibt ab und zu mal, wenn mich die Lust überfällt quasi und ich gerade im Einkaufen bin, im Einkaufszentrum in Augsburg, gibt es so an Taiki heißt er oder so ähnlich, Da gibt es dann halt immer Bami-Göräng oder Nasigöräng, also Nudeln oder Reishaufen mit Beilage, das esse ich ganz gerne mal einen Teller voll, aber also, dass ich jetzt sage, selber kochen, natürlich so ist es nicht oder auch intensiv genieße, aber so als nebenbei essen, finde ich es ganz gut. Ja, banal, ich weiß. Welcher Grafik steht in Videospielen gefällt mir am meisten? Kann ich mich ehrlich nicht festlegen? Ich mag Pixel natürlich immer noch sehr gerne, aber es müssen die richtige Art von Pixel sein, also ich sage mal so 16-Bit-Niveau bis ein bisschen besser. Das ist mir pixeltechnisch am liebsten, also die 8-Bit-Optik mag ich nicht, die alte Atari-Optik hat ihren Super-Klotz-Charme, aber nicht irgendwas, was ich dauerhaft sehen muss und halt die noch feingliedrigen oder gar handgezeichnet, das ist nicht so mein Ding. Also wenn es zu detailliert wird, bin ich nicht so der Fan. Das Problem ist auch, in dem Beispiel, ich finde, so Neo-Geo-Pixel-Optik ist zum Beispiel auch Metal Slug und King of Fighters, das sieht auch hübsch aus. Mein Problem damit ist, dass so Animationsphasen, die limitierten Animationsphasen sehen, die passen gut zu der gröberen Pixel-Optik, aber wenn man dann, zum Beispiel das letzte Wonderboy in Monsterland, wo es auch handgezeichnete Sprites gibt oder auch Street Fighter 2 gab es mal eine handgezeichnet Anime-Optik-Auflage, das war mir dann zu, da wirkt es dann halt zu abgehakt noch, weil dann einfach zur feineren Optik gehört eine feinere Emotion, was aber natürlich nicht mehr so ganz passt, weil das Timing nicht passt. Egal. Also sowas mag ich. Ich mag abstrakt ab und zu auch mal ganz gern. Realistisch kann ich zwar, hat was, aber so mehr Charme hat irgendwas, was ein bisschen künstlich ist, sag ich jetzt mal. Ich tue mir schwer, das jetzt so richtig sauber zu trennen. Also ich sag mal, beim Rennspiel ist realistische Optik schon gut, aber bei normalen Spielen auch. schwierig. Also da hast du mir echt eine Frage hingeschmissen, wo ich nicht ganz genau weiß, wie ich sie vernünftig beantworten sollte. Ja, ich meine, wenn ich jetzt sage, stylisch soll es aussehen, das ist ja auch so ein banales Nichts-Wort, was heißt schon stylisch? Aber ja, also ich sag, gut, also ich sag mal, Anime, Standard-Anime-Looks, so One Piece, Dragon Ball, Naruto, das macht mich wenig an. Das liegt aber halt auch am, an den, an den Inhalten wahrscheinlich ein Stück weit auch. Ja, muss ich, muss ich leider passen. Besser, besser kann ich jetzt auf die Schnelle nicht beantworten, sorry. Das muss erst mal reichen, meint er, ist okay, ich hab hier auch eine ordentliche Länge schon zusammengebracht und er hofft jetzt, dass sein Mavlav und sein Mavlav Alternative nochmal langsam ankommen, dass es irgendwo hängen geblieben. Jetzt ist natürlich, schreibst du ja nicht, wie du das hast schicken lassen, ich drück dir die Daumen auf jeden Fall, aber das sind halt auch so Geschichten, ich bestell ja auch sehr ungern irgendwo, wo man es nicht irgendwie tracken kann. Also was ja mich überrascht hat bei Rise Digital, das kam ja mit getrackt mit DPD, und Amazon schickt ja auch meistens irgendwie, wobei bei Amazon kann es einem auch mal passieren, dass es mit der Briefpost schicken, dann weiß man natürlich gar nichts, aber Amazon ist ja bei Verlustmomenten stressfrei, die ersetzen das eigentlich ohne weiteres. Aber wie gesagt, ich drück dir die Daumen, es ist wirklich cool und wenn du, nimm viel Zeit mit, es hat sich gelohnt. Du musst nicht, also was man nicht muss, ist alle Alternativrouten spielen, man sollte allerdings bei Mavlav die zwei wichtigen spielen, bevor man dann mit Unlimited weitermacht, Mavlav extra natürlich. Aber, habe ich mir ja schon geäußert, Mavlav fand ich gut und man muss halt ein bisschen wollen, aber du willst ja offensichtlich, weil Visual Novels ja auch cool sind. Guti, haben wir es, sind wir bei einer ungefähr einer Dreiviertelstunde gelandet, das ist nicht schlecht, finde ich. Wie ihr ja alle wisst, ist mein fantastischer Kanal inzwischen bestückt mit vielen Standbesuchen und SID-Musiken und manchmal was anderem. Mal gucken, wahrscheinlich, wenn es hinhaut, kommt nächste Woche auch was, was ich zumindest lustig finde. Mal schauen, wer sonst noch. Und sonst schauen wir einfach mal weiter. Ich wünsche euch und mir, dass es jetzt endlich mal temperaturtechnisch wieder ein bisschen sympathischer wird und sage einfach bis spätestens nächste Woche dann Tschüss. Musik 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 Musik